Willkommen zurück zu SimCityBuilded. Ja, es tut mir leid, ähm, zum Anfang, es tut mir leid, ähm, dass letzte Folge, äh, letzte Woche keine Folge kam. Ja, ich hatte halt einfach keine Zeit, ein Video aufzunehmen und, ähm, deshalb werde ich diese Folge länger machen. Ich werde auch etwas größere Cuts machen, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Aufgaben mache, für die man warten muss, dann werde ich auch Cuts machen. So, aber erstmal Nachrichten, äh, Nachrichten. Hallo Bürgermeister, die erste Bürgermeister-Passe Songamericana ist im vollen Gange. Tatsächlich ist die Hälfte schon um, aber das Rennen wird noch heißer. Es ist immer noch Zeit, neue Stufen freizuschalten und mehr fantastische Belohnungen wie die Plattenladen, Feinilfieber oder den geheimnisvollen Schrottplatz zu erhalten. Sehen Sie sich an, welche Belohnungen Sie noch verdienen können. Einfach auf das Saisonsymbol auf der linken Bildschirmseite tippen. Sammeln Sie jetzt mit Aufträgen bei der Wettkampf zentrale Diamantpunkte und erreichen Sie Nullstufen. Ja, das weiß ich. So, was haben wir hier? Okay. Was ist das? Doppel-Diamant-Punkt, okay. Stadtgebiet-Paket. Könnten wir hier noch weiter ausbauen. Mal gucken. Vielleicht später. So, dann gucken wir erstmal, ob es irgendwelche Aufgaben gibt. Katastrophen auslösen. Drei Stück. Könnten wir vielleicht machen. Grüne Schlüssel. Ja. Simulions. Könnte ein bisschen schwer werden. Wohngebäude. Wohngebäude sollte ich glaube schaffen. Aber ich fürchte, muss ich erstmal ein paar Sachen einsammeln. Und das Stadtlager ist voll. Nein. 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 Wow. Okay. Das ist ja ein super Anfang. Oh, und wir haben hier noch eine Kiste. Eine gute alte Kiste. Okay. Etwas Geld und Nägel. Habe ich nicht hier irgendwo Nägel gebraucht? Ja. Okay. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dann müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen verkaufen, oder? Ich guck mal hier. Ah, Mist. Okay. Das wird auch nichts. Und da fehlt auch ein bisschen. Okay. Dann verkaufen wir erstmal was. Ja. Gewürze braucht man nie. Erstmal weg damit. Okay. Stadtlager voll. Danke. Ähm. Hallo. Ja. Ja. Okay. Es geht. Es ist gut. So. Und schon ist alles leer. Aber es reicht trotzdem nicht. Dann gucken wir nochmal. Brett. Brett, Donut, Gras, Brett, Donut, Gras, Pflanze, Brett, Donut, Gras, Gras, Pflanze, Leiter. Okay. Also Brett, Backsteine brauchen wir. Ähm. Das hier brauchen wir auch eine Menge. So. Gemüse. Ja. Gras. Brauche ich eine Menge. Das brauche ich auch mal. Davon machen wir einfach mal eins. Damit es vorwärts kommt. Und noch ein Handschuh. Kann ich auch mal verkaufen eigentlich der Handschuh. Ich habe davon so viele. Hm. 57 herstellen und einsammeln. Das dauert, glaube ich, viel zu lang. Das hier könnte ich machen. Dann müsste ich eine halbe Stunde einen Cut setzen. Okay. Ich glaube, das kann ich schon mal weg machen. So. Und weg. Katastrophenauslösung können wir machen. Goldenen Schlüssel holen können wir machen. Wohngebäude können wir auch theoretisch machen. Aber geht gerade nicht. Ah, nee. Und? Nein, danke. Okay. Ähm. Man kann sich ein Video ansehen. Dann bekommen wir den neuen Auftrag. Das mache ich auch. Und dann sehe ich mir noch das Video an. Also Leute, ich mache jetzt einen kurzen Cut. Und wir sehen uns dann gleich mal wieder. So. Da bin ich wieder. Ja. Wie immer nehmen wir schön die Mitte. Und 1034 Simoleons. Ja, können wir gut gebrauchen. Und ich habe gerade gesehen, wir haben hier ein Erfolg erreicht. 250.000 Simoleons beim Handel verdienen. Und hier ist jetzt Pariser Wohngebäude gekommen. Einmal. Ähm. Hier. Jetzt brauchen wir Gras. Ich weiß was. Wir haben hier diese Tempomarken. Und. Okay. Wir haben 10 Gepardenmarken. Das sind viel. Aber die habe ich noch nicht freigeschaltet. Wir brauchen Level 24. Egal. Da mache ich die Lama Tempomarken da rein. Und hier eine Schildkröte. Und da auch eine Lama. Und hier braucht man nicht. Hier mache ich auch eine Schildkröte mal rein. Das kann lange dauern. Und das brauchen wir nicht. In der Zwischenzeit stellen wir mal was her. Gibt es da irgendeine Aufgabe, die wir machen könnten. Irgendwie. Ah. Okay. Mineralien. Ja. Dann mache ich mal über Mineralien rein. Und dann war da noch Katastrophenauslösen. Drei Stück. Ich weiß nicht, wie schnell wir das hinbekommen. Ich hoffe, wir schaffen es. So. Was nehmen wir denn? Ach ja. Ähm. Ich habe den. Eine Stufe höher gemacht. Wir haben jetzt auch Erdbeam auf Level 2. Also. Wenn wir drei machen, dann können wir alle einmal ausprobieren. Stufe 7. Okay. Ja. Machen wir den da. Eins. Zwei. Und los. Menschen rennen durch die Straßen. Sie kreischen. Meteoritenschauer. Oh nee, oder? Nicht mal großer Wolkenkratzer. Nein. Platt. Das sind alles Dinge, die ich nicht habe. Wow. Super. Sehr schön. Ah, reicht noch nicht. Da fällt mir gerade ein. Gucken wir mal bei Heinz vorbei. Vielleicht verkauft er ja was. Oh ja, eine Menge. Ich gucke gar nicht drauf. Ich kaufe einfach gleich alles. So, hat er noch irgendwo ein Geschenk für mich? Nein? Manu. Äh, nee. Hier. Oh, Gemüse und Maßband ist fertig. Plastik, wow. Kann ich erst in einer halben Stunde holen. Und Backstein. Und Backstein kann auch noch ein bisschen dauern. Okay, ähm, dann mache ich wieder einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Werbung angeschaut habe. Und bis gleich. So, da bin ich wieder. Ähm, vielleicht kriegen wir auch was, was uns weiterhelfen kann. Ja, natürlich schön. Und, ja, ja, es ist okay. Ist okay. 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 Und hier den dritten Farbeimer. Aber der Rest ist, ja. Der Rest reicht nicht. Ein paar Steuern einsammeln. Und gucke ich mal hier. 64 von 75. Okay. Das reicht auch noch. Oh, das wird knapp. Dann bauen wir mal schnell noch eins. Geht zwar fast mein ganzes Geld weg, aber... Naja. Das hält auch nicht mehr lange. Bald müssen wir hier noch ein 0 bauen. Das reicht noch ganz gut. Gut, und das auch noch. Control-Net. Okay. Drohnen. Parks. Ja. 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 Wollen wir hier ein Volleyball-Feld hinbauen? Ja, komm. Ja, und jetzt kann ich Wohngebäude ausbauen, aber das ist leider, ja, jetzt muss ich erst mal die Katastrophen machen. Okay, und scan die Ressourcen aus, aber egal, noch ein Handschuh. Oh, ernsthaft? Ich brauch die nicht. Hä? Achso, das ist beides von Frankreich und das ist von Großbritannien oder England. Und es regnet. Juhu. Und es lägt. Merkwürdigerweise. Kann man den Regen nicht irgendwie ausschalten? Wäre schön. Ja, komm, man hat sowas nicht alle Tage. Und erweitern. Können wir auch die Straße verlängern und ist ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber so, dann kann man das Stück wieder wegmalen. Jetzt kann man auch Häuser hinstellen. Ah, dafür reicht es dann nicht mehr. Oh, ein Brett ist fertig geworden. Wozu habe ich das nochmal gebraucht? Dafür schon mal nicht. Dafür auch nicht. Ah, da. Ja, wow. Habe ich übersehen. Hoppla. Okay, da mache ich wieder einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, im Hintergrund sieht man schon, Gemüse ist fertig, Maßband ist fertig. Oh, ein goldener Schlüssel. Ich glaube, die wertvollste Sache, die man aus diesen Boxen bekommen kann. Ich meine, ein goldener Schlüssel ist 1000 SIM-Cash wert. Das ist richtig viel. Und ich kann ein Pariser Gebäude ausbauen. Nur leider sind da zwei Probleme. Ja, ich fürchte, ich muss die Aufgabe abbrechen. Dafür brauche ich Plastik, das hier zu machen. Und Plastik bekomme ich von hier und da werden Mineralien hergestellt. Ja, leider. Oh, da ist gerade ein Flugzeug lang geflogen. Oh, und Stahl herstellen. Pariser Gebäude aus Bonn, 0 von 1. Und 1 von 1. Jetzt geht's vorwärts. beanspruchen. Und Wohngebäude. Hier. Und hier ist was passiert. Cool. Fünf zusätzlichen Lagerplatz. Ah ja, und was kann ich? Jetzt noch mal Katastrophengebiete neu aufbauen. 0 von 3. Wow. Das kommt ja recht früh. Das mache ich noch später. Das mache ich auch noch später. Das mache ich gar nicht. Kann man gleich wieder wegmachen. Das dauert einfach zu lange. Ah wow, mit Chemikalien ist auch nicht wirklich besser. Okay, ich gucke mir diese beiden Videos an und dann die Werbung, die da oben war. Bis gleich. So. Okay. Hey. Da ist wieder eine Parade. ein Hammer. Keine Ahnung, wo ich den jetzt hier habe. Oh, und ich sehe gerade, es sind schon 20 Minuten vorbei. Okay. Ja, das sieht man auch an den Mineralien. Ja, ich glaube, ich mache dann mal einen Cut von etwa so 11 Minuten und 30 Sekunden. Ähm, da bin ich wieder, es hat doch etwas länger gedauert, als ich erhofft habe. Leider. Oh man, Unterbrechung. Irgendwie, irgendwie verstehe ich das nicht, warum es so dauernd so eine Unterbrechung gibt. Ich weiß, was das für Unterbrechungen sind, aber ich verstehe nicht, warum sie so häufig auftreten. Naja. Egal. Oh man, warum legt es so? Ja, es regnet, okay. 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 Oh man, kann es nicht mal aufhören zu fliegen. Ah, jetzt hat es aufgehört. 34 von 35. Hä? Ich habe das doch gerade... Oh man. Stadtlager voll, okay. Ich habe jetzt für die erste Zeit eine Menge Mineralien. So und beanspruchen. Ich würde sagen, Stahl machen wir jetzt direkt weiter. Ja. Ja, okay, dann haben wir noch ein weiteres Haus. Kann ich direkt ein neues hinbauen. Äh, warte mal. Moment, was ist das für eins? Hallo. Hallo. Ah, ist auch nur ein normales Wohngebiet. Dann mache ich noch ein normales hin. Okay. Ähm. Ah, okay. Der Stall ist schon fertig. Ich habe noch nicht mehr die Aufgabe angenommen. So. Ja, stimmt. Ich habe noch gar nichts verkauft. So. 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 Das noch. Das noch. Vielen Dank. Wie viele habe ich jetzt? Ich habe 35 von 59, also es fehlt noch ein bisschen was. Das wären dann 40, 45, 50, 55, 59. Oh. Ja. Lager ist voll. Und dann gibt es nicht eigentlich die Funktion, dass man unnötige Dinge wegschmeißen kann. So was wie das hier. Keiner kauft so viele Mineralien. Und ich habe keinen Platz. Dann muss ich irgendwas herstellen. Hier, Backsteine. Hoppla. Okay, es hat noch nicht gereicht. 2, 1, so. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Oh. So komme ich da raus. Aber es reicht nicht, oder? Nein, ganz knapp nicht. Es reicht nicht, Mann. Und wie viele Minuten habe ich noch? Ich habe, ja, 10 und 2 fehlen. So, da bin ich wieder. Endlich. Na gut. Na gut. Oh, nichts. Oh, nichts. Sampir. Sampir. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war's mit der Folge, mit dieser langen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal eine positive Bewertung da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst auch ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!